Du mal beim Biolab spawnen. Ja. Mama. Ta. Aufwandssanitäter im Einsatzgebiet. Ja fick dich. Aber ein Kilo mitgenommen, meine ich glaube denn was mit mir. Ich gemonte die anderen Leute Da kommt die alle an Okay. Die Gegner des Verwünscht! Die Feindlichen von den Untergesichteten! Achtung! Die Gegner des Verwünscht! Die Gegner des Verwünscht! Hier! Munition! Die Gegnerinig wieder raus! Nein! Oh fuck you! Die Gegner des Verwünscht! I don't know! Verdammtes Arschloch! Verdammtes Arschloch! Verdammtes Arschloch! Aaaaahhhhhh Mein Bier ist auch nötig Och, Alter, nirgendwo Ich brauche ziemlich einen Info-Volk Oh, fuck you! Oh, fuck you! Das Böbel wird davor. 450 Meter wird es mir verarschen. 50 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 Meter wird es mir verarschen. Äh Komm ich jetzt doch hin Ich habe eine Bombe gesehen, ich habe einen Gooden Ah Kann ich aber hier spawnen? Schön, wenn die Gebete erhört werden. Geh! Ja, quickie. Ja, ja, ja. Ja, ich hab die Kanade gesehen, da läuft man noch direkt hin, ne? Wie so ein Genie! Ich kann schon da noch über die Chips, ich bin schon der Kohl. Ha ha ha. für die Büro irgendwo muss ich doch hier so ein Dings geben so eine Landplattform mit einem Pfeil offen da vorne kommt sie glaub ich zumindest da vorne kommt sie da vorne kommt sie kriegt euch doch alle anser scheiße ein bisschen angereichend oh f**k ja 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 Ich bin gut. Ich bin gut. Was denn? 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 25. 25. Oh, hoch, hoch, danke. Oh, ich hab den scheiß Chip zwischen den Zähnen hängen, oder den krieg ich weg, weil ich zocken muss. Scheiße. Was ist sie in New York? Steig, werfe Granate! Werfe Granate!